Ich wünsche allen einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu einem kurzen technischen Marktupdate. Den Risikoinweis gibt es natürlich wie immer vorab, der Handel mit CFDs, der ist mit gewissen Risiken verbunden, dessen sollten Sie sich bewusst sein und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche. Es geht direkt rüber zu den Charts. Wir schauen uns mal den Nasdaq Future an, denn der baut die Gewinne nach dem Ausbruch aus der kurzfristigen Seitwärtsrange aus und nähert sich jetzt dem August hoch bei 13.740 Punkten. Der Bruch scheint aktuell nachreichend zu sein, also der mittelfristige Aufwärtstrend könnte also dann heute Abend durch ein höheres Hoch bestätigt werden. Der DAX befindet sich wieder herum seit Wochen in einer Seitwärtsrange und da würde ich die Bandbreite folgendermaßen definieren. Auf der Oberseite 16.063 Punkte, dann einmal viele Bührungspunkte bei 15.816. Konkrete Trading Ideen dazu gibt es übrigens in meinem Video dann von heute Morgen. Den Link wie immer unten in der Beschreibung und wir gehen natürlich nochmal rüber zum Euro. Das Währungspaar Euro-Dollar fiel gestern ganz kurz unter die 1.09er Marke. Kann sich jetzt wieder etwas fangen und das Paar muss die wichtige Unterstützung bei 1.0929 verteidigen, sonst könnte es in Richtung 1.0757 gehen. Also eine Kursstabilisierung könnte dafür sprechen, dass der Markt vielleicht auch nochmal einen Erfrohlungsversuch sieht. Auch hier, wie gesagt, in meinem Video von heute Morgen gibt es da konkrete Ideen. So, der Goldpreis hat die gesamten Wochengewinne abgegeben und notiert jetzt leicht im Minus. Der Markt hatte kurz vor dem Widerstand bei 2.048 Dollar gedreht. Das Ganze könnte sich auch nochmal als ein dritter Fehlausbruch entpuppen bei 2.032 aktuell. Ja, sieht das also gar nicht so gut aus, aber was wir auch sehen ist, dass der Markt sich über dem Ausbruchsniveau bei knapp 2.010 Dollar hält. Wir erinnern uns daran, das war hier so die Seitwärtsrange und dann ist der Markt ausgebrochen und zu diesem Ausbruchsniveau kommt der Markt eben zurück und versucht diesen Bereich zu verteidigen. Die Ölsorte WTI hat wieder gedreht und zwar nach einem Test des Zwischentiefs bei 73,92 Dollar. Dort gab es einen Abpraller, Gewinnabgaben in den Verlust sogar gerutscht und jetzt wird eben hier wieder die Unterstützung bei 71,66 durchbrochen. Das bedeutet, der Markt ist jetzt wieder sehr anfällig für weitere und vielleicht auch stärkere Verluste und mal schauen, ob wir dann vielleicht nochmal eine Annäherung zu dieser Zone sehen. Zwischen knapp 64 bis 65 Dollar Bitcoin kann den Rückgang nicht stoppen und die Abwärtsbewegung gewinnt gewinnt sogar weiter eine Dynamik. Es gab eine wichtige Unterstützungszone zwischen 27,200 und 27,677. Die hat nicht gehalten. Die letzte Hoffnung, die 26,600 Dollar Marke. Wir sehen aktuell einen Bruch. Positive Überraschung bis Sonntagabend wäre natürlich, wenn sich das als Fehlausbruch entpuppt. Andererseits könnte das Ausbruchsniveau bei 25,200 getestet werden und dann gäbe es erst wieder stärkere Unterstützung bei 22,000 Dollar. Lasst gerne einen Daumen da. Würde mich natürlich auch freuen, wenn Sie den Kanal abonnieren. Viel Erfolg für heute und ich wünsche allen auch schon mal ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.